herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es im prinzip um eine motorinstandsetzung könnte man so sagen ja von einem slk r 171 5,5 liter v8 sauger mit dem 113 motor und ja der wagen hat eine viertel million kilometer gelaufen und hat ein wenig ölverbrauch 0,5 liter auf 1000 kilometer so ungefähr sagte der kunde finde ich jetzt für eine viertel million kilometer nicht unbedingt viel woran das liegt das gucken wir uns gleich an hier auf der nachbarbühne steht unser firmenvito der hat jetzt so grob 30 35.000 kilometer vielleicht ein bisschen weniger mit dem automatik getriebeöl gelaufen den spiel stefan jetzt gleich und da bin ich jetzt mal gespannt wie das getriebe so nach locker 30.000 kilometer mit sehr viel anhänger betrieb aussieht ja wir ziehen ja ganz viel ein zwei bis drei tonnen anhänger wir haben den von der anhängerlast aufgelastet und da bin ich echt mal gespannt wie das getriebe aussieht so ja jetzt zu dem motor der fast eine viertel millionen kilometer gelaufen hat ist so gesehen einer der ersten oder sogar der erste amg motor weil das ist ein grundmotor 113 den gab es ja auch als 4,2 liter variante von mercedes und als 5 liter variante auch von mercedes und amg ist hingegangen hat ein bisschen kurbelwelle gemacht und hat ein bisschen andere kolben reingebaut andere ventilfedern etc und dann gab es auch als 5,5 liter das ist die höchste ausbaustufe das sind die mit der meisten verdichtung da kann ich euch auch mal zeigen woran man achsel kann man eine drahtbürste holen kann ich euch mal zeigen woran man das erkennt welche verdichtungsstufe die gehabt haben die gab es ja in 354 ps 367 ps aus dem clk und aus dem ja und aus dem slk so hinten haben wir die motornummer die muss man immer so ein bisschen säubern so und guckt mal ja noch die gute alte mercedes zeit hier war die welt noch in ordnung guckt mal das epsilon für das epsilon für verdichtung und hier steht die verdichtung hinter 11,0 also die höchst verdichtete variante die gab es auch und auch noch in 10,0 und 10,5 hier wie gesagt die höchst verdichtete und hier sieht man auch da ist der kolben gar nicht so weit ausgefräst schöner male gusskolben hier drin und trotz all dem lukas du warst es auch lukas hat mal ein clk 55 amg gefahren und der hat so ein bisschen ölverbrauchsleiden gehabt woran aber nie was geändert haben der läuft bis heute so der läuft bis heute so gönnt sich gerne mal ein bisschen mehr öl und anderthalb liter auf 1000 ja wenn das öl alt war und ich ihn getreten habe und du ihn getreten hast wenn das öl neu war dann war es gut bist du 4000 kilometer auch mal gefahren ohne ein liter nachzugehen so jetzt ist es so wie gesagt der wagen hat über eine vierte millionen kilometer gelaufen 268 oder 269 tausend kilometer der kunde kam aus luxemburg zu uns und sagt der zimmer der läuft nicht richtig der schüttelt sich und macht und tut gucken sie da mal bitte nach also er läuft nicht unrund weil ein problem mit motor ist der läuft unrund weil der luftmassenmesser und die lambda sonden verschlissen sind so jetzt haben wir aber diesen leicht erhöhten ölverbrauch und dann haben wir hier noch eine andere problematik und das ist was der war jetzt gerade überhaupt nicht auf sendung aber das hat er gleich gleich gemerkt genau wir mit diesen besagten 1 euro 22 dichtring der bestimmt jetzt 1 euro 23 kostet und der sitzt jetzt muss ich hier gerade mal gucken genau einmal hier und einmal da hier vor sitzt eigentlich die wasserpumpe ja die wasserpumpe ist hier dafür zuständig dass das wasser zirkuliert und das ist vorne an den an dem steuergehäuse deckel angeschraubt und da gibt es eine durchführung und das wird abgedichtet mit so einem dichtring und der hat mal früher 1 euro 22 gekostet oder kostet da immer noch das weiß ich nicht genau und der macht manchmal ärger der quillt auf und dann kippt er hier innen rein weil wir jetzt mal gucken hier sitzt ja eigentlich ganz gut so der dicht der dichtring sitzt an sich ganz gut und jetzt muss man ganz klar sagen wie gesagt vier kilometer gelaufen der motor und die steuerkette im warmen zustand hat man auch schon gehört die macht dann so ein maliges geräusch haben wir leider nicht aufgenommen sondern ja man steht vor dem wagen und dann der motor läuft im stand und dann geht das und das ist so ein typisches geräusch ich bin mir auch ganz sicher dass wir noch ein schaden unten an der kurbelwelle an der verzahnung an dem zahnrad finden wo sich das gummi ablöst und ihr seid dabei ein paar öl und wichtigkeiten hatten wir ich gucke mir jetzt mal die gleitschienen an man muss ganz ehrlich sagen axel sagte auch schon so man für eine viertel million sieht er wirklich gut aus der motor wir haben keine großen ölverpackung oben im zylinderkopf bereich das muss ich auch mal gucken ich kann ja so hinlegen ja wir haben keine großen ölverschlammungen verkrustung oder sowas das ist schon mal sehr gut so dann haben wir die doppelte ventilfeder und das sagt uns dass das die letzte ausbaustufe ist nur die letzte ausbaustufe hatte doppelte ventilfedern die davor die 354 ps variante hatte keine doppelte wenn die habe ich gesagt führung finden die feder genau die dort keine doppelte ventilfeder die 354 ps variante so was immer noch ja wir sehen hier jetzt schon den brennraum dann sehen wir hier so ein bisschen ja ölablagerung könnte man tatsächlich sagen noch mal kann man sogar ganz einfach weg putzen hier vor so ein bisschen ölaufkrustung ja die öl die ölaufkrustung kann aber auch wie gesagt ich glaube dass es von den ventilschaft abdichtung kommt den zerlegen was später hier noch mal wenn die schafft abdichtung ist diese hier das ventil ja ich kann es jetzt nicht hoch und runter drücken so vielleicht ja so kann ich das ventil aufdrücken das ventil geht hoch und runter und da gibt es eine gummidichtung und das gucken wir uns später an und die verschleißt wird hart und dann kann es sein dass da öl abläuft und über die acht zylinder verbraucht das halt etwas druckverlust hatte der axel gemessen das liegt noch bei mir vom computer lag aber zwischen 10 und 14 prozent das heißt wir geben über die zündkerze wovon wir ja hier bei diesem motor zwei haben wir mehr zwei zündkerzen im brennraum das muss man jetzt dazu sagen hier ist eine zündkerze und hier ist eine zündkerze warum haben wir hier zwei weil wir nicht in der mitte eine zündkerze hier konstruktiv oder mercedes konnte konstruktiv keine zündkerze in der mitte anbringen und somit hat man eine doppelzündung gebaut gibt es übrigens auch bei alpha und ein paar anderen hersteller ja druckverlust druck auf den zylinder gegeben und dann geguckt wurde hin die der luftdruck entweicht und das war jetzt hier im bereich zehn prozent also spitzenmäßig ab 20 25 prozent müsste man sich anfangen sorgen zu machen axel können wir den anderen zünder kopf auch eben unternehmen ist lose vom letzten axel hat wieder perfekt vorbereitet hier klebt ein bisschen kopfdichtung ist eine metall kopfdichtung und die können wir jetzt so abnehmen das machen und stellen wir mal hin den kopf so genau jetzt sieht man hier schon wieder unterschiede das auslassventil ist sauberer als dieses und tendenziell ist dieser ganze brennraum mit ein bisschen mehr ablagerung versehen so dass ich sagen würde hier haben wir etwas mehr ölverbrauch das ist zylinder sechs gucken wir uns mal zylinder sechs als solches an das ist jetzt hier ein bisschen dreck reingefallen das ist aber auch nicht weiter schlimm ja einspritz düsen sollten wir eigentlich auch mal überprüfen hier haben wir ein bisschen andere das ist zylinder fünf der besagte zylinder fünf jahr kennt man von dem 157 motoren er sieht ein bisschen unterschiedlich aus ich würde sagen die anspritzventile geschickt man bei uns mal über den prüfstand in so kleinen überprüfungs prüfstand nichts tolles ganz günstiges gerät für mich reicht es aus um mal einfach so ein bisschen ja was zu überprüfen metallkopfdichtung drei lagen metallkopfdichtung ist üblich dass man drei lagen macht und ja wenn man genau guckt kann man jetzt hier auch ein paar sachen erkennen ich lege sie jetzt erstmal beiseite guck mir hier die abdichtung im bereich des blockes an ob wir so ein bisschen übergänge hatten ob wir den druckverlust hatten haben wir jetzt so nicht wie eine schöne abdichtung und ja der motor auf dem muss man ein bisschen ein bisschen achten weil das ist ein allusil motor das heißt wir haben ein aluminium kurbel gehäuse mit ja entschuldigung das ist eigentlich ein locker sie ein locker sie motor das heißt wir im aluminium motor und in diesem aluminium motor stehen allusil buxen drin so wenn man jetzt jemand guckt das ist jetzt relativ schwer zu erkennen das sieht man ganz gut bei unserem tisch in unserem aufenthaltsraum ist dann stehen hier allusil buxen bis hierhin hier zwischen meinen fingern ist so ein trennsteg und diese lokasil oder allusil buxen die werden in den guss reingestellt und dann wird das aluminium drum herum verfüllt und dann hat man ein lokasil also ein lokale siel buxen und die sind etwas weicher als stahl buxen bzw auch noch ein bisschen weicher als grauguss buxen so und das verschleißt schon schneller ja audi porsche hatten damit mal teilweise echt wirklich großes leiden und einige mercedes motoren ja die haben auch die tendieren auch ganz klar dazu so dass man ein bisschen kühlwasser raus hier das wollte ich mir mal mit euch zusammen haben wir mal ein bisschen wd 40 wollte ich mir mal hier die die buchse hier oben angucken also erstmal das hatten wir schon vorwege endoskopiert wir zerlegen inzwischen so motor nicht mehr bevor wir den endoskopieren weil wenn wir beim endoskopieren schon feststellen dass die ganzen zylinderlaufbahnen verkratzt sind dann lohnt es sich meist diesen motor gar nicht wieder aufzubauen oder ja instand zu setzen weil ein kolben kostet was lukas machen uns immer schon ein bisschen drüber lustig tausend euro ja fast 1000 euro 858 euro glaube ich plus mehrwertsteuer oder so kostet aktuell ein kolben bei mercedes so ich habe jetzt ein bisschen von dem einen hersteller schmiermittel beziehungsweise reinigungsmittel genommen ich musste ja gar nicht hier bewerben das riecht ja findste ich habe immer ganz gern unsere orangenen handschuhe hier an ich bin eigentlich froh wenn ich den ganzen tag damit nicht in verbindung kommen sondern jetzt selbst durch die durch die wir mit relativ dünne handschuhe spüre ich jetzt so eine kleine kolbenkante ist aber wirklich ganz minimal das haben wir um ersten ring rum eigentlich umlaufend eine kleine eine kleine verschleißkante die aber wirklich minimal ist wir können die nachher mit einem messtaste gerne mal messen aber das ist eigentlich fast gar nicht notwendig oder axel oder was hast du da haben wir schon deutlich schlimmer für über 260.000 km ist das absolut aber man sagt 113 ist eigentlich echt mega so der motor ja total das ist aber das ist ja robusten ab und zu machen halt die ölpumpen geräusche da bin ich jetzt auch mal gespannt wenn wir gleich die ölwanne abnehmen ja wie die ölwanne im unteren beziehungsweise die dichtringe von der ölpumpe aussehen 1,22 dichtring beziehungsweise der abdichtigen sah gut aus ich sehe jetzt hier auch gerade keine große notwendigkeit dass wir die kolben ziehen ja wie gesagt müssen wir aber noch mal von unten gucken ich würde sagen wir schauen jetzt mal die ölwanne ab und dann gucken wir uns da mal das ergebnis an und jetzt bin ich gleich mal gespannt was da drüben beim video ist ja getriebeöl spülung an unserem schönen firmenvito der wirklich mit anhänger eigentlich überlastet ist original haben wir eine anhängelast eingetragene anhänger das von 2,5 tonnen und ich ziehe mal ganz gerne anhänger so mit drei tonnen anhängelast deswegen habe ich aufgelastet so jetzt muss ich gerade mal gucken differenzialöl wechsel über 113.000 kilometer ich habe den damals gekauft haben wir noch gar kein aufkleber gehabt ich habe den damals gekauft du hast du mit waren wir noch im tiefsten ost ich wollte es nicht 20 km vor der polnischen grenze ich wollte es nicht sagen wir waren im osten deutschlands und da hat er ziemlich genau 100.000 kilometer gelaufen gehabt und dann war der hier und ich habe glaube ich gleich nach der ersten woche erst mal getriebeöl gespült und motoröl gemacht und dann hat er damals geölt und noch den 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 fuß von der drossel klappe gewechselt das war axel seine idee und seitdem ölt er wirklich kein stück der ist auf deutsch gesagt furztrocken so jetzt bin ich gespannt wie das getriebeöl jetzt 106 113 das haben wir gemacht ja genau 25.000 haben wir differenzial 138 also 38.000 kilometer muss das getriebeöl drauf sein und ja dann uah das ist schon schwarz aber ist noch ein doch ein grünlicher stich drin so wir saugen jetzt wie gesagt male getriebespülgerät atx 180 und ich liebe dieses gerät und ihr seht da wie die altölmenge vom automatikgetriebe von der ölpumpe rausgepumptet in dieses gerät rein und jetzt kommt sogar schon luft relativ früh noch mal aus stefan jetzt bin ich echt gespannt wie es unten in der getriebeölwanne aussieht ich muss an dieser stelle sagen dass ich damals in meinem eigenen auto ein nicht originalen mercedes filter ausprobiert habe den ich eigentlich so gar nicht mehr verwende oder den wir im betrieb ja gar nicht einsetzen ja war ein versuch und jetzt bin ich gespannt wie der nach dem versuch aussieht und ich will euch auch sagen warum wir den in den betrieb hier nicht einsetzen so ein kleines betriebs getriebespülgeheimnis der stefan demontiert die getriebeölwanne und dann zeige ich euch den unterschied zwischen einem wirklich günstigen zubehör getriebeölfilter und einem original mercedes betriebsgeheimnis eigentlich wollte ich nie darüber sprechen aber wie gesagt warum eigentlich nicht und dann will ich euch zeigen warum ich bei den neuen gang getriebeaut automatikgetrieben ausschließlich originale ölwannen einsätze und ich mache gern testkäufe bei einschlägigen sagt man eigentlich auktionshäusern versandhäusern sagen wir mal so online händler online händler so wir haben die original mercedes getriebe neungang ölwanne hier teilen nummer zum schluss 37 07 und hier seht ihr ja auch hier 37 1 07 also das ist die gleiche ölwanne so hat jetzt aber nichts mit dem video zu tun weil es hat nicht genau genau weiß dass sieben gang drin und das ist neun gang und das wollte ich euch unbedingt zeigen weil hier kam man kunde her und der hatte schaltveranstaltung bei so neun gang getriebe und ja der kam zu mir und da haben wir diese ölwanne gesehen und da dachte ich mir so mensch cool es gibt richtig günstig im zubehör diese getriebe ölwanne die kaufe ich jetzt auch mal da lässt sich eine ganze menge geld sparen und wenn die qualitativ in ordnung ist und wie die an unseren eigenen fahrzeugen getestet haben dann können wir die auch bei kunden einsetzen und können den getriebe öl sprühpreis noch mal dem kunden reduzieren da sprechen wir so um 50 80 euro den wir den preis hätten reduzieren können und das finde ich schon gut für den kunden ja aber ich war wirklich erschrocken und jetzt guckt mal hier hier steht diese original mercedes teilnummer drauf anton 725 270 37 07 und jetzt gucken wir noch mal original teil genau die gleiche teilnummer so also erst mal diese teilnummer darf von mercedes aus nur für vergleichszwecke eingesetzt werden hier steht ihr auf dem teil ursprünglich drauf deswegen dachte ich weiß was mercedes baut bestimmt selber keine getriebe ölwannen das ist das eins zu eins original könnte man jetzt mein wir packen jetzt mal zeitgleich die original mercedes getriebe finde ich übrigens immer ein bisschen schade wenn die mercedes leute das hier sehen mercedes hat sich hier die tüte weggespart und jetzt sind hier mal so ein bisschen kartonfussel drin also mercedes das müssen wir noch mal ein bisschen ändern so dass ich jetzt die ölwannen original zubehör und kein unterschied nach so drehen wir mal um war ich gut oder kaum unterschied hier steht nur mercedes benz drauf und hier steht chm 012 tja also ich würde sagen dass ein 1 zu 1 publikat ja weit gefehlt guckt euch das mal wirklich genau im detail und das seht ihr jetzt auch gleich bei dem anderen erst mal wenn man hier rein guckt das sind wirklich billigste filter und diese billigsten filter die werden später mal zum problem weil hier drin fehlen gewisse also dass der original mercedes der hat hier so siebe drin beziehungsweise so ja fein filter die noch mal das ganze nachfiltern die fehlen hier völlig komplett so und sie können theoretisch dass hier auch rausnehmen ja und theoretisch könnten wir das jetzt auch mal aufbrechen ich persönlich verstehe das auch nicht warum man diese ganze ölwanne als solches neu machen ihr seht ja ich kann ja hier diese filter eigentlich einzeln raus klipsen gut willkommen im bereich der wegwerf gesellschaft ja dass man die ganze ölwanne neu macht das überhaupt sie sparen die tüte genau also das ist wirklich eine schlechte fälschung nummer eins die stelle ich jetzt hier mal beiseite so natürlich noch eine ölwanne gekauft weil ich wollte es dann wissen hier komme ich noch gar nicht ausgepackt muss ich mal gucken wo ich die grad her habe ja werde ich von einem unserer teile lieferanten gekauft und siehe da die tun auch so als ob das original ist das muss ich ganz ehrlich sagen ich glaube das ist sogar echt premium gewesen premium zugehör und ich habe das nie eingesetzt das habe ich nie ausprobiert ihr seht ja erst mal schon besser eingepackt als bei mercedes ja aber wenn ich mir diese diese filter hier angucke guckt mal die magneten schon mal ganz anders ja hier ist ein checkkarten magnet dann sage ich immer dazu mit mit löchern hier sind keine löcher ja und ja also ich sag mal so lukas nun du weißt es ja auch du kannst den leuten ja bestätigen wir verbauen nur sachen die ich selber fahren würde und wenn ich mir nicht sicher bin dann probiere ich das wirklich an meinem eigenen zeug aus und ja wie gesagt wenn ich davon nicht überzeugt bin dann machen wir das auch nicht und wir nehmen jetzt immer nur schon seit längerem gerade beim neuen gang beim fünfgang nicht unbedingt und original mercedes getriebe öl wannen bzw ölfiltern so stefan soviel zu neun gang wie gesagt habe ich nur als überbrückung genommen guckt mal einer an so das ist jetzt das öl das füllen wir jetzt hier oben ins spülgerät ein so und die letzte getriebe öl spülung habe ich gemacht so hast du noch sauberen lappen für mich dann kannst du ja guck mal hier hat er auch gleich voll auf tasche so das ist der erste magnet ich habe hier eigentlich übrigens noch magnet nachgerüstet normalerweise gibt es hier nur ein magnet guckt euch das mal an jetzt bin ich mal gespannt ob wir den den lappen hier verdienst magnetisch kriegen also hier ist wirklich viel abrieb drin in dem getriebe aber kein groß aluminium von so einem kupplungskorb oder sowas so aber wenn man sich jetzt diesen magnet anguckt guckt euch mal den genau an so jetzt geht mein finger rüber jetzt wisst ihr auch warum so magnet in so einem getriebe sein muss wenn ein altes fünfgang automatik getriebe habt dann habt ihr diesen magnet gar nicht so und das ist immer eine coole nummer hier jetzt mache ich diesen magneten hier auf dem dem lappen sauber dann ist hinterher denn der lappen echt magnetisch wenn wir den magneten hier habt guckt mal der lappen ist jetzt magnetisch glaubt das sieht man oder lukas so viel metall abrieb ist da jetzt drin woher kommt der metall abrieb von verschiedenen lagern von den reib belegen die da drin sind da sind auch natürlich auch gewisse metalle drin die magnetisch sind und die soll der magnet anziehen und im prinzip erstmal binden bis zu einem bis zu einem getriebeöl wechsel oder einer spülung und dann macht man das ganze sowieso sauber so wenn man jetzt mit einem sauberen lappen hier durchwischt dann seht da das hier eigentlich gar nicht viel groß aluminium drin ist und das ist der ganze schmutz der unten in der ölwanne war nach was haben jetzt gesagt 38.000 kilometer in etwa aber wirklich hardcore betriebe welchen interweil spätestens zwischen 60 und 80.000 kilometer sollte man eine getriebeöl spülen definitiv machen ich habe den damals gespült das war dieses fahrzeug hat die höchste spülmenge bei uns im betrieb gehabt und da habe ich das gerät zwischendrin sogar schon geleert wir können ja diese altölbehälter und neue frischölbehälter dann austauschen und ich glaube ich habe dann bei 25 liter abgebrochen und 20 liter kann dieses gerät ja das reicht in der regel immer aus aber der war so verschmutzt weil der hunderttausend kilometer der vorbesitzer auch mit viel anhängerbetrieb lukas du weißt es der hat ein tischler oder so gartenlandschaftsbau der so einen kleinen bagger wahrscheinlich damit immer gezogen und das getriebe war wirklich das war nicht gut so hier seht ihr das auch guckt man den filter jetzt nach 30.000 oder 38.000 kilometer anhängerbetrieb an wahnsinn oder so und jetzt will ich euch den unterschied zeigen lassen filter habe ich ausprobiert genau die gleiche nummer wie mit dem neuen gang und hier fehlt genau dieser eine diese eine filtrierung 104.000 kilometer guck mal dann haben wir jetzt unwahrheit erzählt dann waren es 34.000 kilometer okay ja manchmal hat man die sachen anders im kopf aber seht ihr ich bescheide euch nicht also doch um 4000 kilometer so 2020 vor zwei jahren und vor 34.000 kilometer hier der originale filter stefan da kratzt dann auch gleich noch mal 838.000 rein original mercedes und siehe da guck mal da ist so ein fein filter drin wie eben gerade beim neuen gang und hier ist es nicht also marken filter tatsächlich ja ich zeige euch absichtlich nicht welcher filter ja und fehlt trotzdem eine sache und ich bin der meinung dass diese automatik getriebe diese diesen fein filter brauchen deswegen werden wir jetzt diesen filter einsetzen gut luca müssen wir jetzt noch was erwähnen wir zeigen gleich wenn er wenn er soweit ist dann wechseln wir gleich wieder rüber achsel 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 sieht hier schon ein bisschen achsel macht jetzt schmutzigen job was noch was gefunden achsel schöner ölpumpendicht ring hier grünes material schön fluffig nichts von sich das gefällt mir sieht gut aus da sieht aber echt alles gut aus und auch unten in der ölwanne hast du nichts gefunden ein stückchen sehr gut der kunde sagte er macht sehr penibel sein ölwechsel selber kann man gar nichts gegen einwenden günstig das öl kaufen wenn man die möglichkeit hat alle fünf bis acht tausend kilometer hier in ölwechsel selber machen und dann sieht nach 200 fast 270.000 kilometer sieht der motor immer noch gut innen drin aus oder gut gemacht der kunde ah jetzt können wir noch mal zeigen der müsste aber schon die überarbeiteten steuerdeckel haben hier ah und jetzt kommt noch was tolles hier das soll jetzt sind wir erstmal über so ja also wie gesagt ölwanne hier so ein genannter eigentlich öl hobel ist jetzt hier kein richtiger öl hobel der von den gegenwannen das öl abschert aber leicht angedeutet man nennt es öl hobel weil er das öl abschert den stellen wir mal hier hin fährt eis regt gleich rüber und dann ist das wieder alles sauber tropft da die ganze bude so guck mal hier vorne ist der steuerdeckel und hier läuft hier die ölpumpe so und wenn die ölpumpe sich dreht dann hört er manchmal auch so ein geräusch lukas kennt das gut da sagen ja mal vieles die ölpumpe bedingt richtig ist die ölpumpenkette auch manchmal guck mal eigentlich jetzt muss man es jetzt mal antreiben ein konstruktions fehler weil die ölpumpe sich gelenkt lenkt in gewissen zuständen schleift die hier am steuergehäusedeckel schleift die hier im steuergehäusedeckel und sorgt natürlich klar wenn so eine kette darüber rappelt für ein rappelndes geräusch ja und irgendwann haben wir es auch mal nachgearbeitet gut das muss man sagen jetzt mal ganz ehrlich das doch die steuerkette darüber rutschen was passiert denn hier ein paar aluspäne motoröl naja so schlimm ist es auch nicht wir werden natürlich das jetzt wieder optimieren deswegen geht kein motor kaputt das ist nicht schön weil deswegen geht kein motor kaputt ich schwitze hier wie teufel und wir werden das hier mit dem fräser ein bisschen ausfräsen und dann ist das so wie ab werk modifiziert und dann ist das schön so mal ein ölpumpen dich schon schön hart das ist echt ein schön harter dichtring der sitzt hier oben drauf auf dem kollegen und der dichte dann irgendwann nicht mehr ab und ja den machen wir jetzt neu dann dichtet er wieder schön ab und dann haben wir hier noch einen anderen kollegen das ist das ölrückschlagventil hier das hier die hängen auch mal ganz gerne das sitzt hier zwischen ölpumpen wie gesagt die ölpumpen sitzt ja hier so so sitzt die ölpumpen hier drauf so entschuldigung ja ich habe hier auch guck mal ich habe auch ein eier auf dem kopf so sitzt sie hier drauf und hier geht der öl druck raus ins kurbel gehäuse ölpumpen kurbel gehäuse und jetzt mal ohne flachs warum ist denn hier eine a 207 teile nummer drauf wahnsinn und dieser dichtring der dichtet ja eigentlich so gesehen nicht mehr hat man der ist echt bündig und ja wie gesagt kunststoff und wir machen das jetzt so alles was an diesem motor ist was kunststoff oder gummi ist wird jetzt erneuert punkt und da bin ich mit dem kunden auch so verblieben ich sage theoretisch können wir die ploi und kolben drin lassen wenn wir keine große kante in der zylinderlaufbahn haben das haben wir nicht und ich werde trotz all dem nach ein kolben rausziehen werde mir den ruhe angucken werde das kolben ring höhenspiel und strohspiel einmal vermessen ja stoßspiel eher weniger eigentlich mehr lege ich augenmerk auf das höhenspiel und dann gucken wir halt ob wir da wirklich kein ölverbrauchsproblem haben aber bisher sieht das sehr gut aus weil der kunde immer anständig ölwechsel gemacht hat jetzt wir haben rumbrüllen hier so guck mal hier oben den den hat mir axel schon hier halb vorenthalten der sagt hier sitzt das ölfilter gehäuse drauf und hier drunter sitzen dichtringen und den wechseln zwar viele aber ich will euch mal was zeigen so viel deswegen muss man jetzt alles wechseln was gummi ist guckt euch mal das hier im detail an lukas kriegst das angefangen da unten hier war mein daumen seht ihr wie brüchig das ist ja guckt mal und dann wundert er euch wenn er liegen bleibt weil da überall öl ausspritzt und dann auf dem keilriemen läuft und über die krümmer und über die umspannrollen und um gottes willen also das muss alles erneuert werden im übrigen sind hier zwischen auf zwei dichtringe wenn er das abschraubt aber wie gesagt kein flickwerk machen einmal komplett machen und dann das ist viel günstiger wir machen jetzt die motorlager mit wir machen jetzt die sonden mit und einmal richtig oder gar nicht ich weiß das ist abnormal viel geld also entweder man macht gar nicht oder man macht komplett so jetzt immer steuer deckel ab so dass der steuer deckel jetzt wissen wir langsam eng auf der werk hier ist noch ein 1 euro 22 dichtring der besagte wie gesagt die werden gar nicht unbedingt hart manchmal werden die weich und quillen auf so genau jetzt habe ich ihn rausgenommen und man siehe da der ist größer geworden als vorher und das liegt manchmal an gewissen guck mal an gewissen zusätzen guckt euch das mal nicht kriegt ihr jetzt raus genommen und original geht er da wirklich bündig rein ja also die quillen auf und die gefahr ist hin dass sie dann hier drin guckt guck mal das film dass man in morgen die werfen eine falte hier innen drin und diese falte sorgt dann dafür dass die kühlflüssigkeit nach innen rein läuft und dann vermischt sich das kühlwasser mit dem motoröl und kühlwasser schmiert nicht so gut wie motoröl und dann hat eine riesen baustelle also kannst du einmal drehen den motor los axel drehe doch mal am rad er glaubt gar nicht wie der axel hier manchmal schützen kann so das ist der 113 steuertrieb der 113 der es mit den steuern trieb so das ist die steuerkette schöne oldschool duplex kette eigentlich immer gut für zwei bis 300.000 kilometer und die hat ihren job gut gemacht gar keine frage ist mit sicherheit auch minimal gelenkt aber jetzt hat er abgedankt jetzt gibt es nur neue so ölpumpenkette kann man auch neu machen ja wie gesagt muss man aber nicht unbedingt ja ist eine sehr massive kette machen wir am besten neu so kettenspanner von der kleinen kette echt gut jetzt muss man nicht sagen nach einer viertel millionen oder 270.000 kilometern hier leichter einlaufspuren kann man vernachlässigen so jetzt das was zu euch gesagt habe wahrscheinlich werden wir hier unten noch was finden meist löst sich die gummierung dieser räder aber hier sieht man so ein bisschen einarbeitung spuren ist ganz schlecht mit der kamera garantiert einzufangen und meistens das gummi schon abgelöst aber echt man muss wirklich sagen echt daumen hoch der kunden hat hier alles richtig gemacht das ist echt im guten zustand für die laufleistung also da habe ich schon motoren zerlegt die haben bequem 100.000 kilometer weniger 120.000 kilometer weniger die sand dort bedeutend schlimmer aus also wie gesagt das sieht nicht schlimm aus das ist alles gut so klar so eine gleitschiene wenn wir da jetzt hier irgendwie mal eine belastung gleich drauf gehen dann haben wir garantiert das alles weg bricht aber echt gut oder so wie gesagt also man sieht ja wir schimpfen ja viel über mercedes na weil manchmal die qualität nicht nicht so ist wie wir uns das vorstellen man muss auch ganz klar sagen der kunde ist auch immer so ein bisschen mitverantwortlich fährt damit zum acht zylinder nur kurzstrecken begünstigt er verschleiß nutzt er jeden ölwechselintervall aufs maximum aus gewünscht er verschleiß und hier muss man wirklich sagen der kunde hat der motor viel gutes getan und die konstrukteure haben guten motor gebaut und ich sehe das noch so ich habe da jetzt kein problem mit dass der kunde damit noch mal 200.000 kilometer nach unserer instandsetzung fährt oder axel was wird noch mal ein kolben ziehen noch mal reingucken eine lagerschale gucken wir uns an aber im großen ganz mich damit echt zufrieden so wir nehmen jetzt noch mal ein kolben aus nachholten rausnehmen ist es immer wichtig wenn man den wieder einbauen will dass man hier oben die verbrennungsrückstände so ein bisschen weg putzt das macht man mit einem leichten schleifvlies oder halt ein bisschen reinigungsmittel und macht hier so ein bisschen oben die ölkruste weg so ich nehme jetzt mal weiß immer der auffälligste zylinder beim mercedes v8 motoren ist den zylinder 5 warum hat denn der blog eigentlich eine r-teilung mal wegen amg oder weiß ich nicht für racing ach richtig sollen die leute meine kommentare schreiben das ist bestimmt der eine der ein oder andere amg mitarbeiter der uns erklären kann warum wir hier eine r-teilung mal drauf haben im übrigen jetzt auch noch mal wirklich insider insider wissen was ich hier vermitteln dieser blog der hier verbaut ist ist ein ganz seltener blog nicht weil er eine 11 verdichtung hat ist er gar nicht das ist gar kein seltener blog lukas worauf wollte ich hinaus es gibt die blöcke die kompressor blöcke unterscheiden sich hauptsächlich dass die hauptlager seitenverschraubung nicht nur dreimal verschraubten sondern fünf mal und er hat die fünfte verschrauben gar nicht ist kein kompressor block es gibt die blöcke ganz selten mit einer zusätzlichen seitenverschraubung hier guckt mal die fehlt hier und ich gucke gerade gewinnt ist nicht drin die sind dann hier noch mal verschraubt da wo die freifläche ist hier kann man durch gucken da ist noch mal eine schraube drin das macht den blog noch mal verbindung starten axel hast du drei achselzoll vielen dank sehr gut das lösen wir noch mal das ganze locker vor jetzt habe ich fehler gemacht wem ist es aufgefallen im video den fehler habe ich gemacht jetzt habe ich zu viel gelabert das habe ich zylinder 1 gelöst das ist jetzt eigentlich gar nicht weiter wild nur jetzt muss ich den dreck hier noch mal weg putzen ich wollte eigentlich zylinder 5 nehmen das machen wir zylinder 1 muss ich die kante noch mal sauber putzen und das passiert manchmal wer nicht konzentriert arbeitet und viel erzählt dem passieren auch mal fehler auch mir so jetzt kommen wir zu dem punkt wo lucas das gesagt das ist das eigentlich schlimm wenn das ploi an der zylinder wand kratzt ja ist es theoretisch und wie sieht so eine ploi lagerschale nach vielen kilometern aus die achsel sagt sehr gut warum sieht das sehr gut aus weil immer anständig öl gewechselt wurde das ist ein crack ploi nicht dass das ploi hier irgendwie in crack abgeraucht wurde nachher das wird gebrochen und deswegen hat das hier so eine bruchstruktur und deswegen nennt man das crack ploi es gibt geschliffene ploi lagerdeckel und das ist ein crack ploi so jetzt muss man ganz vorsichtig sein die lagerschale raus axel dreht die lagerschale raus können wir die auch erst begutachten hier so das ist jetzt die druck lagerschale so das ist da wo der ganze verbrennungsdruck der kolben drauf drückt leichten ruß eintrag aber eine lagerschale wie sie im bilderbuch steht also derjenige der den kurbeltrieb berechnet hat und derjenige der die lagerschale hier nach daimler geliefert hat die können es aber so richtig so jetzt müssen wir ganz vorsichtig das ploi da raus nehmen die haben wir genau so ein pfeil den ich vor mit lukas diskutiert habe genau genau das so das ist jetzt noch nicht schlimm jetzt kommen wir da unten an die zylinderwand und jetzt müssen wir das ploi ganz vorsichtig in die zylinderwand reinlegen weil wenn euch also eben ist mir das ploi das habt ihr gehört so klack ist das ploi unten an die zylinderwand gekommen mit der kante ist überhaupt nicht schlimm das ist schön abgerundet aber mir gefällt gerade was nicht aber wenn euch das mit so einer ecke in die zylinderwand rein haut gibt es das eine macke und wenn es dann eine macke gibt dann haben wir ein riesenproblem weil dann verbrauchen wir eventuell an der stelle öl jetzt haben wir natürlich was was ich eigentlich nicht sehen wollte jetzt haben wir in kolben und an diesem kolben sehen wir jetzt was eindeutiges hier oben ist unser verbrennungsdruck unsere abgase unsere ölkohle unser alles und dieser kolben ring dichtet jetzt hier ab und diese kolben ringe ich nehme jetzt mal ein kolben ring raus achsel kannst du mir in der zwischenzeit schon mal eine fühlerlehre holen so jetzt haben wir hier den kolben ring und wenn ich mir diesen kolben ring jetzt genau angucke es scheint hier schön die sonne waren und können wir das kolben ring höhenspiel messen und da können wir jetzt gucken der kolben im höhenspiel ausgeschlagen ist das glaube ich hier aber nicht jetzt haben wir mich folgendes problem festgestellt guck mal blendet das so deutlich oder so besser so der kolben ring hat nicht mehr schön abgedichtet und der ölabstreife hat nicht mehr schön gearbeitet deswegen hier mal den ersten kolben ring den habe ich gerade abgenommen hinter dem ersten kolben ring ist es eigentlich relativ normal dass wir da noch verbrennungsgase haben das heißt ölkohle ablagerung und hinter dem zweiten ring ja sollte eigentlich nichts mehr sein und wir sehen schon wir hinter dem dritten hinter dem ölabstreifer der auch gar keine vorspannung mehr richtig hat sehen war verbrennungsdruck und das ist eigentlich nicht so gut ja so axel jetzt brauchen wir mal eine hundertstel oder eine zweihundertstel beziehungsweise ein dreihundertstel lehre so hier haben wir jetzt eine 500 lehre und die sollte jetzt eigentlich nicht da groß durchgehen jetzt glaube ich mir einen kleinen trick und das geht nicht also ich würde jetzt erstmal behaupten der kolben ist nicht übermäßig verschlissen macht das noch mal mit dem ersten ring offen aus dem kolben ring steht übrigens immer die obere seite drauf und das top steht dann halt für oben da sagst du über der werkbank ja ich habe axel mal was gesagt dass wir im motorsport immer nur über der werkbank gearbeitet haben und axel sagte jetzt auch gerade macht das über der werkbank recht hat ja hier bei uns im betrieb darf man mir ruhig auch was sagen ja aber ich mache das ja für euch für die kamera und denkt ich tue euch was gutes und dabei passiert mir ein fehler gut also ich würde sagen die kolbenringe sind verschlissen und auch hier unten am kolbenring sehe ich dass der vollflächig getragen hat was nicht gut ist ich muss jetzt mal gucken ich gehe mal davon aus wenn wir sie bekommen werden wir hier die kolbenringe erneuern gut wird jetzt in euro teurer aber jetzt haben wir das ganze parat und wir haben ja einen gewissen ölverbrauch gehabt und wie gesagt mir gefällt das hier nicht so also ich bin damit total zufrieden wie sie zylinderwände aussehen ich werde die auch noch einmal durchmessen aber sie sehen echt nahezu perfekt aus und ich glaube dass es hier echt reicht ein paar neue kolbenringe rein rein zu investieren und dann hat der kunde wirklich was ganz tolles wir machen natürlich auch noch die zylinderköpfe die zylinderköpfe entgegen der mercedes fortschrift werden übergeplant die ventile werden natürlich demontiert die ventilsitze werden nachgeschnitten die ventile da wird eventuell ein korrekturwinkel bzw die ventile werden sauber geputzt sauber geputzt mit einer maschine was wir übrigens nicht hier im betrieb machen sei mal auch gesagt es gibt dafür ganz präzise maschinen und so eine präzise maschine kostet man schnell über 50 bis hin und zu 150.000 euro und das will ich gar nicht investieren weil wir da zugang zu anderen maschinen haben die wirklich so hoch präzise laufen und wir das auch gar nicht tagtäglich machen also eine maschine für für knapp 100.000 euro die muss hier tag und nacht laufen damit die sich bezahlbar macht und wie gesagt wenn andere betriebe das haben und die hier gleich um die ecke sind dann machen wir das mit denen zusammen sehr langes technik video ihr wolltet es ja so haben stefan wie weit bist du eigentlich wir können spülen ja also sehr lang das technik video was immer noch nicht zu ende ist weil jetzt will ich sehen was mit unserem film video los ist ja axel beziehungsweise entschuldigung stefan startet jetzt den motor so wie es hier in diesem getriebespülgerät vorgegeben wird und schaltet die gänge durch d r np und immer hin und her und fährt den wagen auch dass die hinterräder drehen dann schalten wir durch erste zweite dritte vierte fünfte sechste siebte gang und wieder zurück fahrmodi m fahrmodi s fahrmodi 10 so dass wir jede gangkupplung einmal in betrieb haben jedes ventil schaltet und damit eine richtig gute spülung machen auf der automatik getriebe kühler wird mit durchgespült und jetzt sehen wir gleich auf der einen seite das frische öl und einmal das alte öl und ich glaube da sehen wir eindeutigen unterschied so jetzt wie gesagt stefan schaltet hat die verschiedenen gänge durch und aber es gibt schon relativ schnell hell das muss man sagen ich bin echt überglücklich dass wir das nicht machen so sieht man die hinterräder drehen und ein ganz wichtiger prozess weil nur so kriegen wir den dreck überall raus sehr gut aber wir sehen eine verbesserung zum ersten mal und das ist wichtig ich würde sagen an der stelle ich bin happy der firmen video hat gleich wieder ein richtig schön sauberes getriebe ich kann störungsfrei damit schön unseren anhänger ziehen und ja wie gesagt der kollege hier der bereitet mir gerade richtig kopfschmerzen ich würde sagen wir sind soweit durch ich hoffe das video hat euch gefallen schreibt mal in die kommentare was ihr von so motor hält der über 250.000 kilometer ohne defekt läuft ich glaube das ist schon eine auszeichnung für so einen amg motor so viele kilometer zu laufen ohne defekt habt eine schöne zeit einen schönen urlaub und wir sehen uns